Ja Guten Morgen, guten Tag, guten Abend Ganz egal, wo Sie uns gerade empfangen, hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. Sie hören unser wöchentliches Technik-Magazin auf Kurzwelle, UKW und per Webstream. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be listening. This is Radio DARC with our weekly Technics-Magazin on shortwave, FM and per Webstream. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funk- und Technikfreunde. Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest und eine schöne Osterwoche. Auch heute begrüßen wir Sie wieder wie jede Woche zum spannenden Technik-Magazin für Funkfreunde. Es ist die Ausgabe Nummer 374. Ich bin Cody Farren und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen mit jeder Menge interessanter Infos rund um die Funktechnik. Unter anderem klären wir die Hintergründe für den Internetausfall für viele deutsche Windkraftanlagen auf.